hallo ihr lieben heute habe ich ein leckeres reisrezept für euch aus der türkischen küche das ist gebackener reis mit hähnchenfleisch das ist schon eine mahlzeit für sich selber dazu braucht ihr auch wirklich nichts mehr zu machen ich habe erstmal drei hähnchenkeule in salzwasser gekocht ihr könnt mehr oder auch weniger nehmen je nachdem für wieviel person ihr kochen möchtet während ihr kocht könnt ihr natürlich auch ein bisschen gemüse hinein geben zum beispiel karotten sellerie porree und paar lobeerblätter und ein bisschen pfeffer jetzt ist hähnchenkeule ausgekühlt und das fleisch wird von den knochen entfernt das geht auch wirklich super schnell wenn ihr das richtig lange kocht und wir brauchen türkischen reis so ungefähr 300 gramm und fünf esslöffel arpacherie den bekommt ihr in jedem türkischen lebensmittelladen der reis wird gründlich gewaschen bis das wasser klar wird und arpacherie wird dann in öl erstmal angebraten vorsicht das brennt sehr schnell an sobald es anfängt farbe zu nehmen könnt ihr den reis hinein geben und der reis wird dann auch damit mit angebraten den reis könnt ihr dann so lange anbraten bis es schön glasig wird und so könnt ihr auch das wasser abmessen ich habe eine tasse eine große tasse reis genommen und werde zweieinhalb tassen wasser nehmen die hälfte nehme ich die brühe und die andere hälfte wasser damit das nicht zu fettig wird jetzt gebe ich das hähnchenfleisch hinein und brate das mit dem reis richtig an und gebe wasser und brühe hinein wie gesagt ich habe die hälfte brühe genommen und die hälfte wasser ihr könnt natürlich auch komplett nur brühe nehmen aber für mich wird das so fertig deswegen habe ich hälfte hälfte genommen dann lasse ich das einmal aufkochen dadurch dass ich mein hähnchenkeule ja in salzwasser gekocht habe habe ich sehr wenig salz genommen damit das nicht so salzig wird ansonsten einfach probieren und dann bei bedarf nachsalzen das ganze kommt jetzt in ein tepsi hinein das ist das runde blech bekommt ihr in jedem türkischen lebensmittelladen vermische das einmal verteile den reis so richtig und bestreue ein bisschen chile pulver und ein bisschen pfeffer darüber dann wird das im ofen gebacken also bis gar keine flüssigkeit mehr vorhanden ist und so sieht das ganze dann gebacken aus es ist wirklich so was von lecker dazu braucht ihr nur fladenbrot ihr könnt auch tzatziki vorbereiten macht das unbedingt nach und hier könnt ihr sehen wie körnig der reis geworden ist so ihr lieben das war es dann heute auch von mir ich hoffe dass euch auch dieses rezept gefällt probiert das unbedingt aus wir sehen uns in einem neuen video wieder und sage tschüss